Schönen guten Tag an die Leute da draußen, die dieses doch recht kleine Projekt gucken. Und da komme ich eigentlich gleich mal zu dem, natürlich werde ich jetzt erstmal weiter, es im Pokémon-Turm zu versuchen. Mist, und was habe ich jetzt natürlich vergessen? Mir das Handy zu stellen, also beziehungsweise die Uhr. Ich muss erstmal gucken, Uhr, 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 hier, entschuldige. Für das Rumstehen, genau, jetzt haben wir die Stoppuhr, aber er kennt ja jetzt die neue Methode sozusagen von mir. Gut, gehen wir erstmal weiter und, ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, vielleicht fragen sich einige, warum machst du dieses Projekt, wenn es ja doch nicht so viele schauen? Ja, ich mache es nicht nur, dass es Leute schauen, sondern weil es mir einfach Spaß macht, das zu machen. Ja, und, na, wenn es noch Leute schauen und ein paar machen es dann umso besser, ne, Freunde? Oh, ach, nee, äh, ho, ho, ho. Und mal dieser Konfu-Strahl, war ich jetzt eigentlich fertig mit denen? Ja. Oh, da oben ist noch eine. Oh, Level 18. Ähm, aber ich glaube, das Nebulak hatte ich das letzte Mal gefangen. Und, ähm, noch ein Punkt, wo ich mich entschieden habe. Cool, cool, cool besiegt. Und zwar wollte ich ja eigentlich das so machen, dass ich wirklich alle Pokémon fange und dass ich dann einen kompletten Pokédex habe. Aber das Ding ist das, dass ich halt gerne eben sozusagen alle Pokémon-Spiele durchmachen will, von jeder Generation. Und das dauert ja doch recht verdankt lange. Und deswegen habe ich mich einfach für den Story-Modus entschieden. Dass ich den Story-Modus durchspiele und auch nicht, weil ich ja am Anfang auch recht lange immer gesucht habe, bis ich die Pokémon gefunden habe. Und dass ich das jetzt einfach nicht mehr so mache. Och, Mann, ooooh. Das hat sich vor Verwärtserbeißen. Nee, cool. Bumm, oh, da war gerade Facebook an. Sorry, Leute. Äh, da muss ich kurz mal... Ja, ist gut, Facebook. Meine Fresse. Halt die Schnauze. Was schreibst du denn? Ja, okay, ich mach dich mal zu. So, jetzt geht's weiter. Meine Fresse. Fluchtseil. Super. Buhu. Buhu. Na, was willst du damit bezwecken? Exorzistin. Nebula. Oh, Mann, das wird wieder ein Scheiß-Kampf werden. Noch Level 23. Och, nee, kommt schon wieder dieser Scheiß-Konfu-Strahl. Ja, ist, ist, klar, ist, klar. Äh, Mu, es hat denn der... Es hat denn das... Äh, hat das... Blupstrahl, ja, daneben, Mu. Oh, Gott, Nachtnebel, scheint er. Mal gucken, wie gut Blupstrahl ist. Gegen Nebula. Naja, die Initiative singt, das ist auch schon mal nicht schlecht. Naja, also, ja, Geist-Pokémon sind halt Geist-Pokémon, also, das... Kannst du nicht so einfach besiegen. Ja, und du hast mich ganz schön, äh, alt aussehen lassen. Naja, was soll's. Äh, Mu, Schaufler. Manometer. Und ich mag die Musik hier überhaupt nicht. Willkommen, Pokémon-Tanon. Hören deine Pokémon und macht sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Dum-dududum. So, das Ding wird jetzt vielleicht sein... Hm, ich kann's nicht sagen, wie es zeitmäßig jetzt bei mir aussieht. Da sich ja doch jetzt einiges bei mir geändert hat. Hm, da muss ich einfach mal gucken. Ich hab dann... Weil manchmal nehm ich halt noch unter der Woche auf oder renne das Ganze. Und das klappt jetzt nicht mehr. Da fehlt mir jetzt einfach die Zeit. Und... Ja, muss man mal schauen, ob es sind jetzt im Prinzip drei Projekte, die ich am Laufen hab. For Story, Pokémon Rot und Cry of Fear. Und ja, ob ich das wirklich dann wieder täglich rausbringen kann. Oder ob... Oder ob dann nur noch Sachen alle zwei Tage rauskommen können. Oh, ein Tragosso. Cool. Und tschüss, Pikachu. Nee, doch nicht. Cool, dass ich gleich schon nen Tragosso finde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh... Bodyslam. Oh, nein! Verdammt, ich wollte es nicht besiegen. Dass es kein Bodyslam von Pixi aushält, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein! 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 Ah, ich hätte doch gleich ins Pokémon-Center gehen sollen, verdammte Kackwurst. Aber ich glaube, hier werde ich ewig an diesem Pokémon-Turm hängen. Ja, ich habe jetzt nur normal Attacken. Da kommt mal wieder Mew dran. Oh, und oh, noch Konfu. Oh, Mann, no, Meter. Oh, Mann, no. Oh, Mann, no. Das ist doch doof. Und vor allem, das ist ein Wildes. Ja, ich hau ja schon ab, ey. Meine Fresse. Komm. Ja, ja, wir wissen. Das weiß ich schon alles. Ach, ja, ach, ja, ach, ja. Wie viel brauch? Hm, wie viel brauchen Pikachu noch? Na, bestimmt ein Tausender mindestens. Oh, Mann. Mit Pixi kann ich ja dann gar nichts anfangen gegen. Ich muss mich halt immer bloß gegen andere Pokémon eintauschen. Wenn ich gegen Nebelach und so weiter stoße. Ach, ja, ist das nicht so angenehm. Ja, ja, und? Ja, auch, es ist doof, wenn ich jetzt flüchten muss. Aber was bringt sich? Also, wenn ich jetzt selber spielen würde, dann, ähm, würde ich jetzt jedes Kämpfen besiegen. Aber ich will ja ein bisschen, ich will ja ein bisschen Zeit sparen und nicht so ewig lange hier an den Folgen festhängen in dem Turm. Ja, ja, in wir das Nebula. Nebula. Ich verfluche dich, buh. Ja, ja, mach mal schön, buh, du Hexe, Exorzistin, ja, ja. Nebula. Nebula. Los, Mew. Lupstra. Keine Wirkung. Dann nehmen wir mal Megaschaure. Mal gucken. Naja, auch nicht perfekt. Aber immerhin kriege ich wieder, äh, kriege ich, wieder, toll. Ach, Mann, oh. Ach, ey, das ist doch doof. Ich hasse Verwirrung. Nicht mehr Verwirrung. Gut. Kriege ich überhaupt was wieder? Ja, ein bisschen was. Toll. Dann hätte ich mir das mit dem Megaschaure auch alles sparen können. Na gut, jetzt kriege ich es noch. Na ja, wenigstens kriegen wir es weiter. Erfahrungspunkte. Ja, Pikachu. Toll, jetzt muss ich gleich wieder raus. Ach, ist das doof. Ich hasse Geistkampf und Psycho-Pokémon. Muss ich mal gucken, wie, 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 wie sich Ibitak macht. Das sind jetzt Erfahrungswerte, die ich, die ich, mache. Und, bringt's was? Nee. Schnabel bringt aber was. Oh, bringt sehr viel. Gut. Das ist gut. Okay, dann können wir ja so weitermachen. Was ist passiert? Erst mal. Ach, Mann, oh. Jetzt kommt gerade auch noch Thunderbird. Ja, Thunderbird, dann mache ich dich mal aus. Ach, Mann, oh, ist das. Ja, ich muss das Nebulak ein. Und Ibitak. Oh, und sofort wieder dieser dämliche Konfu-Strahl. Ja, und es hat sich... Ach, Mann, oh. Na, es hat aber Ibitak schnell abschütteln können. Das ist ein Hinderbird. Ach, hat es nicht noch ein Volltreffer werden können? Na gut, auf jeden Fall haben wir hier jetzt gesiegt. Und damit sage ich schon wieder Tschüss und Tschödelö für diese Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.